Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde TTT Ja, ist auch... Was, du nimmst auch? Alter, what the fuck? Wo häng ich hier denn fest? Nimmst du aus oder nicht? Ja, ich weiß nicht wie ich hier rauskomm, ich häng in so einem Raum fest. Mach Neustadt, ist doch scheiße! Ist doch egal! Ey, meine Zuschauer kennen das nicht anders. Alter! Richtig geil! Ah, hier ist ne Tür! Oh! Ja, alles klar! Hopp, hopp, hopp! Hopp! Hopp, hopp! Ja, Scherz geboren! Ich muss mir erstmal noch ein bisschen die Karte angucken. Ist das überhaupt? Warte, 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 warte! Warte, komm mal her! Warte! Na, warte! Ah, ich will den Kopf mit nem Hut runterschießen! Warte, ich will den Hut runterschießen! Warte, warte, warte! Warte, warte, warte! Alter, hier unten ist ne Spinne! Äh, greift die Spinne an! Äh, kein Plan! Hallo? Ne, ich kann die umherschieben! Hallo? Vertrauen! Spinni! Spinni! Spii! Wer habe die Macht! Ich komm nicht hoch, ich find den Weg nicht! Warte, warte, warte! Oh! Loll, er hat ihn! Er hat ihn! Er hat ihn! Oh! Wer, wer hat geschossen gerade? Wer ist Twitter? Habe ich schon irgendwelche Anzeichen? Was ist denn jetzt passiert? Der Chat vom Mörder? Hallo? Ich bin mal kurzer AFK! Also ich bin innocent! Wo seid ihr denn? Alter, ich verlaufe mich hier voll! Nein, 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 nein! Schau mal, du musst... Ja, bist du hier richtig! Auf der anderen Seite eigentlich! Ähm, woher siehst du das, wo ich bin? Hast du nun Radar, oder wat? Nein, ich bin tot! Äh, Rox is traitor, ne? Warte, ich mach einfach! Ich bin nicht traitor! Ja, wenn du tot bist, dann warum sagst du dann noch was? Weiß ich auch nicht! Alter, ich komm... Ich komm nicht mehr ab! Warte, Rox is traitor, Rox is traitor! Warte, hell! Na, der wird länger! Warte, da oben fliegt einer! Warte, da oben fliegt einer! Warte, da oben fliegt einer! Rox is traitor! Im Wasser! Wo im Wasser! Hey, mach den Song an! Hallo! Oh, da oben! Cool! Der ist nicht im Wasser! Ich find den Helikopter echt geil! Alter, hier schließt einer! Ja, der ist nicht im Wasser! Ja, Rox is traitor! Ich bin's nicht! Wieso sind alle tot und vorher warst du da? Ja! Äh, bist du jetzt am aufnehmen? Was? Darf ich mich zuschreiten? Darf ich jetzt auch ausspringen und mich umbringen? Ja! Wird jetzt aufgenommen oder nicht? Ja, ja! Oh, okay! Aber du kannst das nächste Mal irgendwie ankündigen, dass du da auflebst oder sowas! Ja, sorry! Alter, ich... Äh, du kannst mich nicht mit dem Heli umbringen, oder? Ich will mal mitfliegen! Landet der jetzt wieder? Ja! Der landet nicht! Ja, der landet! Uuuh! Alter, der landet gleich auf mein Kopf! Mir fällt gerade was auf! Der fliegt durch die, äh, durch diese grüne Box hier! Ja, ne? Aber... Alter! Irgendwer hat mich gerade angeschossen! Das ist Traitor, Robert! Patrick! Alter, Patrick! Was schießt du mich an? Du hast mich angeschossen! Ja, ich weiß! Um es dir zu sagen! Ja, danke! Alter, flieg doch nicht wieder weg! Ich wollt mit! Du Penner! Ich lass doch keinen Tracer an Helikopter mitfliegen! Ich bin kein Tracer, ich wollt nur mitfliegen! Ja, ja, ja! Du kannst... Ey, warte! Dreh dich um! Rox! Mach den Sound! Mach den... Dreh dich um! Du kannst dieses schwarze Teil aufheben! Den Sound machst du... Wer ist jetzt alles tot? Also wer jetzt tot ist, sagt nichts! Ich weiß nicht, ob ich das überleb! Doch! Interessantes Ding! Er hat ihn! Ja, das kannst du hochheben und im geheimen Raum finden, den du mit dem Helikopter kriegst! Ich weiß! Servo! 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 Jerob! Servo! Alter Patrick! Was schießt du mich denn wieder an?! alter, Patrick, schieß- Patrick, ist toheter! Patrick ist toheter! Alter, was geht denn ab, halt ihr? Lass mich, lass mich wieder kurz rein. Warte, ich hab mich voll angeschossen. Okay, lass mich wieder kurz rein. Oh, weg an. Schnell geraten. Du Penner, Alter. Ja, warte. Du Arsch. Du Arsch. Hallo. Wieso schießt mich einfach an, du Arsch? Wieso nicht? Oh, ich hab mal. Voll random, ey. War doch offensichtlich, dass du es warst. Was? Nein. Ja, sicher. Wollte mal mitfliegen. Okay, okay, warte jetzt. Nimmst du es heute auf? Oder hörst du es jetzt auf? Nee, Alter, ich... Also, ich will jetzt hier mal Ding mit dem Ding mal fliegen, so. Aua! Flieg du den! Warte! Jo, nein, komm! Flieg doch nicht los! Alter, der backt ein bisschen, oder? Kann das sein? Ja, schon. So ein ganz bisschen. Weiß nicht, wo ich bin. Und mach den Song an, wenn du da sagst. Oh, Punker ist jetzt bei mir. Er könnte mich sofort erschießen. Ich bin in der Stand. Ja, ja, ist klar. Alter, meine Waffe packt auch voll rum. So, ich geh holfstret, geh auch holfstret. Halalalalala, halalalala. Ich fahr mit dem Boot nach Atlantis. Mach den nur! Mach den Dings an! Alter, hat sich grad jemand reingeschossen? Ich fahr mit dem Boot nach Atlantis. Irgendwo schießt das... Ach, das ist doch sicher. Ja, ne? Ja, ne? Mach den Song an, der entfällt der Rammel. Da, irgendwas am Boot. Ja, wie ist ihn? Nein, Spaß. Geh rein! Oh, das scheiß Ding lande wieder! Ich will hier raus, ich hab keinen Bock mehr. Wie kommt man nach oben? Nein! Da oben läuft jemand. Was ist denn von diesem Helikopter? Das ist Patrick, Patrick ist da oben. Hallo! Ja, ich. Oh, jetzt wird er langsamer. Interessant gemacht. Loco, geh mal in den... Ich glaub, der Boot ist echt nicht so rot, Alter. Magst du auch einen Sporkranater? Alter, ich will hier raus. Ich hab keinen Bock mehr auf das Ding. Alter, wie viele... Da ist creepy. Wie sind wir ein bisschen verwundet? Weil ich nicht lang geschossen hab. Wirdler ist ja Detective, das sieht man ja. Ihr schott mich an, Bitches! Ich hab keinen Bock mehr. Nein! Cool gemacht, Locker! Cool gemacht! Was denn? Ist was passiert? Ist jemand tot? Patrick hat geschrien. Ist Patrick tot? Warte. Ja, okay. Ist Patrick tot? Ja, Patrick. Nein, Locker! Alter, wer hat Patrick erschossen? Hallo! Nein, ich nicht! Alter! Hier! Er hat auf mich geschossen! 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 Alter, wer war das denn jetzt? Warum hat er auf mich geschossen? Ihr schosset rum, Leute! Mensch, 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 Mensch! Alter! Oh, schön! Oh, schön! Oh, das ist aber schön! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ich hab das Schild aktiviert! Der Bild ist... Na, das ist... Na, das ist... Ja, ich freu mich schon auf die GMI! Ich hab den rot rum! Ey! Erwerf mich denn nicht so aufgeschossen hier! Ja, das ist... Dani hat mich erschossen! Ja, das ist... Also, wir spielen hier auf dem Server von... Ich glaube wir! Keine Ahnung! Ich kenn ihn nur von OddPunkern! Ich weiß jetzt nicht, ob es sein... ...serverbessert erstellen wird! ...server ist! Ich kann ja grad reinreden! Ich hab mich gemutet! Aber wir hören den Antwort trotzdem nicht! Eigentlich sollte ich die auch muten! Egal! Ilya schießt auf mich! Ilya schießt auf mich! Boah! Alter, geil! Jedenfalls... Ich hätte mir gedacht, dass wir hier spielen können in DTS benutzen... ...wenn man mich überhaupt hört... Er ist so dumm! ...wenn die andere so quatschen... Alter, halt doch mal die Schnauze! Du dumm! Das war so! Okay, Dani, was machst du jetzt? Hallo! Hallo! Boah, wie geil! Sehr geil gemacht! Das LoL hinter ihm ist vielleicht ein bisschen offen! Oh! Junge! Oh, geil! Boah, sehr nice, Alter! Boah, Alter! Oh, Alter! Oh, Alter! Hatte ich jeden getötet? Alter, jetzt mach dir mal die scheiß Musik aus, ey! Oh, Alter! Oh, Alter! Ola, la, 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 la... Ey, ob das auf der Map kann man nicht gescheitzt spielen, sondern der muss einfach in den Traitor-Raum. Warum, warum? Welchen Traitor-Raum ihr hier? Oh! Daniel! Sehr schön! Das ist kein Traitor-Raum, das ist halt nicht nur in den Raum. Ich bin hier bei Patrick. Wollte ich schon mal sagen. Halt mich, halt mich wieder. Den hat, den hat, den hat, der hat, der hat, der hat... Der Rock hat ihn gefunden, ne? Ich hab mich grad gemutet, deswegen... Ja... ...Manschaufgust ist das nicht so gut. Es ist aber echt geil, wie du gefunden hast. Ne, Alter! Nein! Alter, du Hurensohn, wer da auch immer ist? Wer ist das? Leute, fliegt da schon wieder einer? Es ist ein random kill. Also, wir können den gerne random killen, den... Den... Der Look, Alter, der ist ein random kill. Entschuldigung, ich bin auf dich draufgefallen, weil irgendwie komme ich nicht von dieser Partie ein weiter runter. Du musst dich ducken, du musst dich ducken, dann kommst du hoch, ganz hoch, dann ducken und dann springen. Du blockst mich gerade leicht. Okay. Wie kann ich die Musik anmachen? Wie kann ich die Musik anmachen? Ilya, wie kann ich die Musik anmachen? Ilya, wie kann ich die Musik anmachen? Nein, nein, Ilya. Oh, hinten, hinten, ganz hinten, ganz hinten. Da, ganz hinten. Hier oben liegt kein Scharfschützengewehr, hier liegt nur eine Pistole. Danke. Alter, jetzt hör doch mal auf mit der Scheißmusik, ey. Alter, Alter, creepy schieß, creepy schieß. Hör auf zu pfeifen. Alter, könnt ihr mal das scheiß Lied ausmachen? Ich freu mich schon auf die Gamer, ey. Und da hinten läuft sie Danni. Creepy Stratter. Was? Creepy Stratter? Wirklich? Der hat mich doch vorhin erschossen. Was? Ich war doch vorhin bei dem. Glaub ich, keine Ahnung. Ich stand ja alleine da und hab auf dem Handy gewartet. Mal, was? Sie schießen mich an. Warum liegt sie eigentlich so auf dem Handy? Nein, hallo. Ich hab nichts gemacht. Guck mal da. Äh, Alter, was ist das für ein cooles Ding? Ah, es liegt auch nicht so cool. Sehr wohnen. Cooles Ding. Ah, der Elias ist tot. Alter, wer liegt hier? Ey, hier liegt, äh, Dani, Dani liegt hier Ey, Servus, schau mich hier mit mir Dani liegt hier Wo ist der denn? Wo ist der denn Creepy? Rock, schau es mit zu? Ist im Heli? Okay Ich versuche ihn zu kriegen Ey, im Heli ist gar keiner Ja, er ist irgendwo in der Heimdruck im Sprung Na, der ist bei mir Was? Alter, jetzt mach doch schon mal das scheiß Lied aus, ey Geht nicht so weit, weil alles geht da nicht mehr aus Ich muss da drüber singen, glaube ich Oh, Punker liegt hier Hallo, Aldi Er war auch inno Also, wir müssen ja Noch zwei Traitor leben, wie viele leben wir noch? Hallo Wer lebt denn jetzt noch? Ist der Creepy, glaube ich, oder? Irgendwer ist da gerade die Trap runtergekommen Ja, ich glaube, das ist Creepy Ja Alter Wer lebt denn denn noch? Wenn Creepy noch lebt? Damit lebt ja noch Cyberpunker Cyberpunker Wo ist der denn? Alter, Creepy, schließ mich nicht an Alter, jetzt macht man das scheiß Lied aus, ey Das geht mir total auf den Strich Ich glaube, er ist in dem In this room Ah, ich hab eine Idee Alter, du musst es doch sehen Du hast doch Es sind doch noch zwei Traitor Du musstest du auch Traitor sein, Creepy Ja, cool Aber ich hab einen Radar Und es wird angezeigt, dass der Autofenlef ist Äh Du hast einen Radar Woher hast du einen Radar? Oh Alter Oh nein, jetzt weißt du, dass ich Traitor bin Ja Ja, toll Du bist auch schlau, Alter Wo bist du? Alter, ich geh mal Also ich hab Zeit Ich hab Zeit Ich kann mich hier ein bisschen hinstellen Ich stehe hier Alter, hier oben liegt hier Patrick ist tot Hallo Patrick, wie geht's dir? Von einer Nying Gun wurdest du erschossen? Irgendwer hat eine Nying Gun Das müssen wir ja eigentlich hören, oder? Ach, Telle Hallo Oder? Wir müssen hier einer Nying Gun haben Alter, das scheiß Lied, ey Das regt mich auf Können wir das nächste Mal bitte nicht anmachen? Er umfliegt sich wie eine Fliege Oh, bin ich grad wirklich gestorben? Ah Nein, ich hab Schnell Alter Wo ist Cyberpunk? Punker Na, ich glaub es jetzt auch so Ich deute Auf Ich glaub nicht, dass du so da hinkommst Aber du dirót zu mitm Geh maaa Und du stirbst Geh Geh maa Geh maa Geh maa Geh maa Geh maa Geh maa Du Geh maa Alter Alter scheiß Lieder Wenn das noch einer jemand anmacht Alter ich würg den Mit meinem bloßen Hände Ich hab wirklich die ganze Zeit was du oder du blablabla Oh die tanziert schon vom Bildschirm Ja ok das stimmt dann dürfte der sterben Sag mal Panker sieht man grad nicht so wer Queepy a-a-a-a-a-a-an Pipi, ist auch fast tot meinen Eletter, also weiter Wieso- Lass das scheiß Lied aus, bitte! He, neues Lied! Ich will dich doch mal drauf drücken Nein, nein, nein! Geht nicht Bro Alter Die sind gar nicht viel schwer, das ist die ganze Zeit Von der Gema abzuhauen Was ist denn los? Er kommt da nicht hoch Wie cool ist das denn? Globertime hab ich! Ihr habt noch 2 Minuten und 5 Sekunden, bis die Innozenz gewinnt. Boah Luca, wie lange brauchst du eigentlich? Ja, Alter! Ich muss wiederbeleben. Boah, das war aber auch blöd mein Tod, ey. Luca, du stirbst wahrscheinlich, gell? Wenn du in den Tektor erst wiederholst. Ich weiß, deswegen will ich mir den Defibrillator-Viren. Aber ich fühl dich nicht. Nein, es geht wirklich nur einmal. Mann. Vielleicht kann auch irgendwer anderer draufdrücken. Boah, das ist so langweil, der Creepy bringt dich einfach rum. Oder... Cyberpunk, geh raus ins Portal und dann geht's... Okay, jetzt ist er gerade im Helikopter, aber bitte bringt euch irgendwie gegenseitig um. Ey, seid mal ruhig, ey. Ihr seid tot. Was ist das? Völlig gone. Das ist Traitor-Tester. Okay. Das ist nur so langweil zuzugucken. Oh, soll ich irgendeinen slayen? Slay den Creepy, ey. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ja, ey. Boah, scheiße. Voll unnötig, war das so geil. Wollte aber jetzt noch Boot fahren? Ey, Cyberpunk, du bist ja gerade voll runtergefallen. Wo ist denn das Boot? Elias, wollen wir LoL spielen? Da ist das Boot. Ich will nicht gern irgendwas spielen, was für Grafikeinrufgrächer verbraucht. Wah! Hört mich jemand. Hallo? 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 Warte, 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 warte. Huuuui. Ja, ja. Ich bin auch immer... Aber wir spielen vielleicht dann... Warte kurz, warte kurz, warte kurz, warte kurz, warte kurz. Also wir... Ich verabschiede mich nicht aus, die darunter. Wir sind in der nächsten Folge. Wenn euch das Spiel gefallen hat, dann schreibt es in die Koninkertare. Wenn nicht, auch okay. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Gleichwerbung. Halt die Schnauze.